Das Kiddoza elektrisches Laufband ist die ideale Wahl für alle, die das Fitnessstudio zu Hause ersetzen möchten. Mit seinem leistungsstarken Motor, den zahlreichen Dämpfungssystemen und der benutzerfreundlichen Bedienung bietet dieses Laufband ein hervorragendes Trainingserlebnis. Lass uns gemeinsam einen genaueren Blick auf die Funktionen und Vorteile dieses beeindruckenden Fitnessgeräts werfen. Der fortschrittliche 2,5 PS Motor des Kiddoza Laufbands ist äußerst leistungsfähig und unterstützt Gewichte bis zu 120 kg. Dank der mehrschichtigen rutschfesten Oberfläche und der schallabsorbierenden Beschichtung bietet es eine stabile und komfortable Lauf- und Joggingerfahrung, ohne andere zu stören. Besonders hervorzuheben sind die 8 Silikonstoßdämpfer, 2 stoßdämpfende Pads und 5 Schichten des rutschfesten Laufbelags, die speziell entwickelt wurden, um die Belastung auf die Gelenke zu minimieren und das Laufen angenehm zu gestalten. Das Kiddoza Laufband zeichnet sich durch seine Benutzerfreundlichkeit aus. Das große, deutlich lesbare LCD-Display informiert dich über wichtige Trainingsdaten wie Entfernung, Geschwindigkeit, Zeit und verbrannte Kalorien. Du kannst die Geschwindigkeit ganz einfach über die Fernbedienung oder die integrierte Smart-Up einstellen und dein Training starten, stoppen oder pausieren. Dank des kompakten klappbaren Designs mit Transportrollen lässt sich das Laufband platzsparend verstauen und problemlos an verschiedene Orte in deiner Wohnung oder im Büro transportieren. Zusammenfassend kann man sagen, dass das Kiddoza elektrische Laufband eine hervorragende Wahl für dein Heimtraining ist. Mit seiner leistungsstarken Motorisierung, den vielfältigen Dämpfungssystemen und der benutzerfreundlichen Bedienung bietet es ein erstklassiges Trainingserlebnis. Egal, ob du deine Fitness verbessern, Fett verbrennen oder einfach nur deine Runden drehen möchtest, das Kiddoza Laufband ist der perfekte Begleiter dafür. Probiere es selbst aus und erlebe die Freude an deinem Heimtraining.